So, und hiermit heiße ich euch herzlich willkommen zurück bei Watch Dogs. A new session begins. Und wir sollen jetzt hier dieses riesige Gebiet da vorne infiltrieren. So ist es. Das heißt wohl, ich muss jetzt hier über unsere gute alte Kameratechnik und Gedönse erstmal da reinkommen. Kann ich mit ihr quatschen? Nee, uh, die ziehen schon lieber von uns. Hey Mann, du hast hier nichts zu suchen. Alles klar. Liebes Spiel, ich habe verstanden. Das ist verboten, dieser Weg. Benutzen da vorne muss ich also hin. Aber ich muss jetzt echt erstmal irgendeine Kamera ausmachen. Also nicht ausmachen, sondern ausfindig machen, wollte ich sagen. Und ich finde es gerade sehr schön hier mit dem Wetter. Alles sehr, ne, sehr gediegenst. Auch schon hier die Tropfen auf der Haube hier oder auf dem Auto darin niederprasseln. So, einfach so auf die Straße laufen ist gefährlich. Auch das sind neue Effekte, die man so vorher noch nicht kannte. Hier zu sehen. Hier schön zu sehen. Wunderbar. Man sieht das so beim Normalspielen, sieht man diese Details, diesen Detailgrad gar nicht. Da denke ich, würde ich mir aber auch denken als Entwickler, boah, ist das scheiße. Oh, kann ich hier rein? Hier darf ich rein, okay. Cool. Ähm, da gebe ich mir so eine arschige Mühe, das da irgendwie hinzukriegen. Guck mal, ist da oben irgendwas? Ich habe keinen Zielpunkt, merke ich gerade. Äh. Das ist blöd. Ich schieße mal kurz. Okay, passt. Keine Panik, alles ist gut. Die sind jetzt ein bisschen alarmiert, aber ich wollte schauen, ob ich das Fenster da oben einschließen kann. Und ich konnte es nicht. Es spiegelt nur sehr gut, wie man sehen kann. Doch, ich kann da reinschauen. Oder nicht? Doch, doch, doch. Geht schon. Ähm. So, ich suche auf jeden Fall erst mal eine Kamera oder irgendwas. Oder kann ich doch hier manuell irgendwie hin? Also so kann ich ja nicht rein, ne? Ne. In das Gebäude, das Gelände oder wie auch immer. Ah, da vorne entlang vielleicht. Jesus Maria, jetzt kippt es aber ordentlich runter hier. Ah, jetzt bin ich schon im Sperrgebiet hier, ne? Muss ich aufpassen. Don't cross. Das ist halt... Ah, ein Audiolog. Lucky glaubt, dass ich alle Probleme mit einer Waffe lösen kann. Du musst es mal begreifen. Dieser Rächer, der jeden verfolgt. Das ist die neue Art von Killern, mit der wir es zu tun haben. Eine Waffe kann nur ein Problem lösen. Wenn du jemanden schnell töten musst. Scheiße, was? Wenn du deinen Gegner nie siehst. Was, wenn er dich erledigt, ohne dass du ihn triffst? Mir wird das nicht passieren. Und ich werde in der ersten Reihe sitzen, wenn er den Krab ausscheidet. Und was mich betrifft, mein Kram ist sicher. Der Scheißkarrer kann ihn gar nicht. Na bitte, hat er ja einen Plan. Ah, da ist eine Kamera. So, hier ist der Anfang. Ich wusste es doch, aber sie zeigt auf die Straße. Wird mir das was nutzen? Nee, ne? Äh, komme ich hier irgendwie weiter? Nee. Oh, nein. Das kann es jetzt nicht schon gewesen sein. Nee. So komme ich nicht rein in das Gebäude irgendwie. Äh, das muss ich halt echt erst mal... Scheiße. Raus da. Erst mal rumlaufen und gucken, wie ich denn da... Infiltrieren. Ne? Wie ich hinter diese Mauern komme. Weil, äh, manuell ist das doch, äh, jetzt würde ich sagen, fast im Bereich des Unmöglichen, oder? Wie sehe ich das? Aber es ist allerdings natürlich, äh... Es hat natürlich einen wesentlich höheren Unterhaltungswert, wenn ich das manuell mache. Sprich also, ne, hier... ...mich reinschleiche oder mich durchfighte. Mal gucken, vielleicht ist es doch eine Option. Was war das? Da vorne ist was. Dampfrohr. Hm. Ich glätte einfach mal rein. Und dann kann ich... Oh, vielleicht kann ich hier ein paar Leute herlocken. Das ist doch gut. Genau. Das hat sich auch noch einen Plan an. Die haben ja eh kaum benutzt, diese Teile hier. 17 Stück habe ich da. Leckt mich... Fett. Äh... Da vorne hin. Und jetzt? Ah, das war blöd. Nee, da reagiert keiner drauf. Scheiße. Dann nehme ich mal den wieder mit. Kann ich hier irgendwie... Okay. Da geht es dann hier weiter. Schnell hier hin. Ach, da ist das Türchen. Aha. Na, okay. Da kann ich auch noch vorsichtig rein, Session. Jetzt muss ich mich aber hüten. Ich brauche ein paar Spildergranaten. Baue ich mir mal noch schnell, wenn ich kann. Ja, 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 ja. Dann bin ich da gut vorbereitet. Hier, schau her. Jetzt wird es heiß. Das ist jetzt heißes Gebiet hier. Sprengen. Sprengen. Da ich ja so viele Köder habe... Äh... Hau jetzt mal hier einen hin. Dann haue ich mal... dort einen hin. Vielleicht kann ich hier... auf diesem Wege hier irgendwie hinlocken. Tut sich da was? Nee. Da tut sich ja rein gar nichts. Ich versuche es mal mit dem nächsten noch. Ach, ist das blöd. Ah. Oh Gott, ist das dumm. Nee. So geht das nicht. Das dauert ja ewig. Und ist ja boring as fuck. Kommt jetzt doch einer? Jetzt kommt auch einer. Irgendwo ist ja einer auf gleicher Höhe da vorne. Nee. Ich nehme mal die hier. Die Schaltgedämpfte auch. Ich habe kein Zielkreuz. Scheiße. Das ist echt lästig. Da ist wieder irgendwas failgeladen, muss ich sagen. Entriegeln. Okay, das heißt, ich kann da rein. Cool, ich bin drin. I'm all in. Sehr gut. Oh, ATMs. Jede Menge geklauter ATMs, aber das ist super. Sonst ist ja nichts. For the fuck. Hm. Ich muss hier nochmal neu starten. Denn ohne diesen Zielpunkt geht es bei aller Liebe nicht. Nicht. Das heißt also nochmal kurz. Äh. Ne. Ne. Geht nicht. Nochmal kurz hier. Ich entferne mich nochmal kurz vom PC und dann bin ich gleich wieder da. Ciao, ciao. Alright. Here I'll be back. Ich bin jetzt hier an einem anderen Punkt. Dieses. Dieser Action hier. Äh. Deswegen jump ich jetzt einfach mal hier an dieser Stelle über den Zaun. Und wir haben unseren Zielpunkt haben wir wieder. Es war natürlich ein Fail von mir. Denn ich habe ja in den Option rumgewurstelt. Da ich ja auch die Karte letztens deaktiviert hatte. Und genau dieses habe ich vergessen wieder einzuschalten. Okay, aber lasst das jetzt mal Nebensache sein. Hier ist was zum Sprengen. Das ist gut. Weil dann können wir jetzt nochmal die Taktik hier verfolgen, die wir eben schon im Kopf hatten. Oh, guck mal da. Was ist denn da los? Da ist ja ein Schütze der Scharfheit da oben. Ähm. Da muss ich aufpassen ein bisschen. So, ich hau hier mal das Ding hin. Vielleicht. Ne. Geht da was? Hm. Der bewegt sich schon ein bisschen hier hin. Hm. Hau mal hier hin noch eins. Ich spreng hier an noch. Und dann spreng ich das halt in die Luft. Hoffentlich trifft es ihn. Erwischt, oder? Ne, nicht erwischt. Scheiße. Okay. Nein, 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 nein. Nicht gesehen, nicht gesehen. Erwischt. Huh, Kopffluss plus 80. Geil. Dann nehme ich den da oben jetzt mal noch aufs Korn. Oh, da ist ja noch einer. Da ist ja noch einer. Shit, wo ist der? Der ist oben irgendwo, oder? Ne. Ach du Scheiße, da ist er. Vorsicht. Fuck you jetzt. Ganz ehrlich. Das war dumm. Nein. Nein. Komm schon raus. Zum Glück ist nur er alarmiert bis jetzt. Sehr gut. Die letzten Zeit, dass er mal stirbt hier. Was geht denn ab? Geht ja gar nicht. Oh, jetzt haben sie mich gefunden. Wo ist der hin? Okay. Ist nur der eine. Ich lad mal nach schnell. Dann schaue ich mal, ob ich den jetzt schnell aufs Korn nehmen kann da oben. Schnell mal den Kollegen da oben. Hallo. Fuck, ich erwischt. Ganz schlecht. Erwischt. So. Ich sollte meine Position hier wechseln. Das machen Scharfschütze ja immer ganz gerne. Dass sie von einem Punkt aus schießen. Oh, da war schon der nächste. Und dann schnell hier flüchten. Wo ist denn da schon wieder einer? Da oben. Hättest du gedacht. Erwischt. Okay. Wie gut, dass keiner weiß, dass ich Rumpelstilzchen heiße. Ne, dass keiner weiß, dass ich hier hinten bin. Oder irgendwie. Sind die alle relativ unbeeindruckt von meiner Action hier. Da habe ich an und für sich ja nichts gegen Annäherungs-USV. Okay. Äh, ja, die wollten wir noch ein bisschen... Wir wollten noch ein bisschen Bouncer. Ich kann nur maximal vier Stück mitnehmen. Das ist auch blöd. Okay. Jo. Er hat mich gesehen. Scheiße. Leute, mit was schießt der denn bitte? Mit was schießt der denn? Oh, au, fuck you. Weg, weg, weg. Lauf. Mhm, 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 mhm. Hättest du gedacht. Was hat denn da für einen komischen Star hier? Was hat dieser Stern zu bedeuten? Oh, fuck you. Oh, du Penner. Alter, nicht schlecht. Die können werfen, die Typen. Aber die können nicht gut genug werfen. Jetzt nochmal einen, oder was? Ja, Wahnsinn. Wie viel hat denn der von den Dingern? Du musst auch zielen können. Das bringt sonst gar nichts hier, mein Junge. Mein Goodster. Zack. Ein Schuss ins Gesicht. Und Ruhe ist. So, dann haben wir alles auf hier, was auf dem Boden liegt. Mal abbluten hier. Ah, okay, Feuer, ganz blöde. Okay. Da vorne muss ich rein. Ich muss jetzt nur auf die Scharfschützen aufpassen. Ich habe ja doch schon rotes Lichtchen gesehen. Ich, ich, ich hole doch schon mal hin. Nöööö. Vorsicht. Wo denn, wo denn, wo denn? Der schießt von da oben. Was schießen die da hinten denn rum, bitte? Das ist ja voll für einen Arsch. Schau, da oben ist er. Erwischt. Bam, sage ich nur. Scharfschützen-Skill. Eins plus. Kann ich hier rein? Nee. Hier kann ich nicht rein. Gehe, um davon irgendwas anderes zu regeln. Glaube ich. Hier muss ich hin. So. Schön aufpassen. Nicht, dass wir hier überrascht werden. Security Terminal deaktiviert. Oh, da schießt aber schon jemand auf mich. Was ist das denn? Was ist denn da los? Sieht man das? Die Gegner hier eben. Oh, fuck. Haben die es auf mich abgesehen? Jetzt sehen wir doch nichts. Tatsache. Dann frisst das. Einen nur? Davon. Erwischt. Also es wird jetzt ja ein neuliches Krimitzel hier, muss ich sagen. Denn ich muss jetzt hier... Ja, ja. Hart vorgehen. Okay. Ich merke schon, da ist ein Brandherd. Der muss ausgelöscht werden. Scheiße, das ist ne Granate! Nicht erwischt. Wer macht so'n Feuer untermarsch? Aber hallo. Fuck you. Verstecken wird dich auch nicht retten. Wie meinst du denn dich? Schön in den Kopf. Oh, und die Sonne kommt raus. Das ist natürlich herrlich. Wuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhu Schnell hier hin. Ist jetzt die Frage. Ich muss da rüber eigentlich, ne? Kann ich da einfach so... Ich versuch's mal. Querfeld ein. Querfeld, querfeld ein. Ich lauf. Ich lauf, ich lauf, ich lauf. Und ich geh in Deckung. Ich geh in Deckung, denn da vorne hat es Gegner. Hä, wohin schießt? Du Idiot. So, erwischt. Der nächste Headshot wartet. Fuck you. Komm schon. Komm raus, komm raus, komm raus, wo immer du bist. Bam. Plus 80 Kopfschutz. Na, das hab ich gern. Da ist der nächste. Kunde. So. Das läuft doch wirklich schmiert. Das ist so easygoing. Ich sollte nur mal auf meine Energie aufpassen. Okay, ich glaube, das reicht schon, um hier das Teil zu aktivieren. Oh, fuck. Die schießen. Okay, läuft. Super Sache. Eine super Sache. Dann geht's hier weiter. Über Schutt und Asche komme ich her und besiege alle Verteidiger. Mit was schießen die denn bitte? Das ist der Wahnsinn. Vor allem, wo schießen die hin? Völlig für den Arsch. Die haben mir gar keine Ahnung. Mit so schlechten Schützen habe ich das letzte zu tun gehabt. Aber gut. Und da ist schon das nächste Ding klar. So, dann haben wir das. Schnell, du kommst! 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 Schnell, du kommst!